hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing video von test.net heute habe ich immer wieder mal was von b rock mitgebracht also jetzt sollten alle tuning freunde die ganz hellhörig werden bitte tut mir jetzt alle einen gefallen und schreibt in den kommentaren von einer skala von 1 bis 10 wie die felge findet von b rock also die felge hat von mir schon mal zehn von zehn punkten abzüglich ein halber punkt ich weiß jetzt nicht woran es jetzt genau lag am transport oder weiß weiß ich aber hier sind wie sieht sind da so kleine kratzer drin und das ist jetzt auch nicht das beste wenn es so beim verbraucher ankommen würde aber das kann ich jetzt auch nicht sagen in wiefern etwas passiert ist aber die felge an sich macht einen super eindruck und wow so meine liebe tuner freunde das war's von mir und weitere details und informationen findet ihr auf test.net abonniert unseren kanal denn in zukunft werden weitere felgen folgen folgen oder felgen bald es klappt ja weitere felgen geunboxed so in dem sinne verabschiede ich mich euer armin ciao